Was letztes Mal passiert ist. Als Mario Kart 9 erscheint, wird noch einige Zeit vergehen. Hey, das sind ja Custom Tracks, also wie Mario Kart Wii. Ich hab die Idee. Es wird Zeit für eine neue Runde. Traust du dich das? Alles klar. Ich bin bereit für die Herausforderung. Du hast doch mal gesagt früher, ich bin überkrasse und überkrasse. Ja? Du lässt keiner kommen, weißt du? Du hast doch gegen links, Dicca! Ich bin über unterwegs, Dicca! Ja, ich bin grad übertraurig. Ich dachte wirklich, ich zerstör dich. Hey, Yusuf. Ja? Ja. Ich bin voll müde. Kannst du mir da irgendwie helfen? Dicca! 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 Das hast du eine? Ich hab's! Was denn? Wie wär's mit Level Up? Level Up, was ist denn Level Up? Level Up ist die ultimative Gaming-Booster-Performance, um auf ein höheres Level zu kommen. Dann lass es mal probieren! Bismillah! Herzlich willkommen zum Part 2 vom Abo-Special mit der Legende himself. Wer denn? Kommt da noch jemand oder? Du! Du! Wir spielen Mario Kart 8 Deluxe Custom Tracks mit Adi Boletto himself, seine Revanche, seine Chance, seine Ehre von vor 3 Jahren wiederherzustellen. Nintendo Switch muss ich sagen hat Youssef ein bisschen den Vorteil. Aber bei den Strecken hier sind wir neutral, beide keine Ahnung. Ja wir kennen die beide nicht, auf jeden Fall ich glaube ich will im Donkey Kong, einfach nur weil er schön ist. Eigentlich bin ich nicht gewohnt mit großen Charakteren zu spielen, aber damit du ne Chance hast, dann nehme ich ihn, Digga. Ah du willst ne Chance hab, ja? Ich muss auch sagen ich hab meine zwei Finger verletzt, Alter. Jetzt kommt die Ausgabe. Nein wirklich. Chill man. Aber da hat mich jemand angesprungen und hat mir ne Finger voll angeknickt so und jetzt sind die beide defekte. Zeig mal, zeig mal. Also falls du verlieren hab ich schon mal ne Ausrede. Wir nehmen King Abumario. Level Up. Und wir haben natürlich auch ein paar Custom Fahrzeuge reingemacht, so wie das Burgermobil oder das Minecraft Boot. Oder auch der Yoshi. Oder der Yoshi. Halt aus wie so'n Gladiator, Digga. Mit Yoshi. So mit Sperr oder so. Eigentlich voll gut. Bisschen aufgeregt ja. Ich darf nicht wieder, ich muss mich revanchieren. Ich hab mich wieder verkackt mit vor 3 Jahren. Okay Leute wir spielen auf 150, wir spielen mit furiosen Items. Und auf kommt Schwerzeichen 20% schneller, das heißt wir werden die ganze Zeit neunter zentern. Ablosen, ja. Jeder winkt ne Schrecke. Oh wieviel Runden? Sechs. Wer vier Punkte hat gewinnt. Genau. Deal? Deal. Los geht's. Auf ein Level Up. Level Up, Digga. Jetzt 20% reduziert. Mit dem Code Last Game. Mit dem Code Last Game. Ey man sieht aber, der wirkt schon. Der fängt einfach schnell an zu reden. Okay, du darfst die Erststrecke ausziehen. Ich darf zuerst? Ja. Wir kennen ja sonst alle nicht. Komm, ich bin Cooper Beach. Ich mag immer Sommerstrecke als erstes. Okay also direkt starten wir ohne aufhören. Ich kenn das Bike nicht. Digga, ich werd das Level Up nehmen und das war's. Weißt aber, wenn mir das Bike nicht gefällt, starten wir wieder neu? Nö. Hab ich Pech gehabt, ja. Hättest auch Nein sagen können, Digga. Boah, schon mal guter Start. Ah ne, ist okay. Ey du Zeitlupe. Man kann so besser in die Drifts rein. Die haben überholt, Alter. Abo! Es ist aber ne schöne Map, aber es ist kurz, ne? Ja, es ist eine schöne kurze Map. Ich frag nicht, warum die sich immer hängen bleiben. Nein, Digga. Get down! Tschüss mit... Ich bin ein Psychopath. Digga, ich bin ein erster Dux, Alter. Was willst du machen? Krass, ey. Ich bin sogar Zweiter geworden. Komisch. Ich weiß nicht mehr, aber grad voll enttäuscht. Ich hab' ich verloren. 1-0 für dich. Ey, ich würd mal D nehmen, Alter. Das sieht voll krass aus. Super Mario World Raceway. Eine krasse Remixstrecke in Super Mario World. Nein, breit. Nicht breit. Bereit. Bereit. Für was? Bereit. Ich bin bereit. Darf ich, Digga? Ah, ich brauch noch mal einen Sch... Jetzt sind wir bereit. Ich hab' Zeit für Runde 2, meine Damen und Herren. Mal gucken, ob mich Adi Bolletto diesmal weghauen wird oder er nicht. Aber bis jetzt sieht nicht aus, als würde er King Mario vom Thron stoßen. Denn der Gladiator Kong ist immer nur ein Gladiator. So, ey, wie hast du sie geholt? Verpiss dich. Ist doch voll gemein, Alter. Wie geholt sie Blätter, Digga? Ja, wo fahren die, Mann? Die fahren nach links. Den, 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 den. 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 Weißt du, was gut ist bei Donkey Kong? Ja. Er ist so breit, dass ich zwei Items bekommen habe. Vielleicht sah so dein Großvater raus. Ist Donkey Kong ein Fasching, Digga? Ja, da hat er kommen. Ich find besser, die Custom Tracks mit jemandem zu spielen, statt alleine wie Domtendo. Domtendo hat die alleine jetzt played. War schön anzusehen. Aber ich hab mir gedacht, für ein Special kann man das doch mit jemandem zusammenspielen, das ist viel lustiger als alleine. Ja, zum Beispiel mit Mr. Boletto. Mr. Boletto. Mr. Boletto. Mr. ist am Start. Digga, du hast überholt. Du manipulierst mich. Er schlenkt sich ab. Hä? Das war meine Aufgabe. Wie bist du erst? Digga, du bist Zehnter. Digga, ich hab nur einen Pilz bekommen. Betrug! Er ist letzte Runde, wa? Ja. Geil, Digga. Dritter, Digga. Du hast mich vernichtet, Digga. Zehnter. Ey, krass. Obwohl du so knapp hinter mir warst, also zwischen uns waren sieben Plätze oder sechs Plätze, obwohl du direkt hinter mir warst. Digga, die haben mich gepfetzt. Die sind krass hier, die Spieler. Ich würde mal sagen 1-1, ne? 1-1. Ist auch wichtig für meine Moral gerade. Ich war recht traurig. Ich bin jetzt wieder dran, ne? Nein. Was hartes. J.P. Rainbow O'Donnell will zu spielen, ja? Du bist wahnsinnig. Soll ich einen kleinen Fun-Fact erzählen, damit wir auch ein bisschen Mehrwert im Video haben? Nein. Okay. Spaß erzählen. Ich hab vergessen. Diese Strecke stammt aus Mario Kart GP aus einem Mario Kart Automaten in Japan. Das ist ein Automat. Was heißt GP aber? Grand Prix oder keine Ahnung. In Japan ein Automaten. Mario Kart Automaten. Das ist ein Automaten. Da kann man so spielen. Und da gab es eigene Strecken, die ist nie in Deutschland rausgekommen. J.P. 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 Ja, und wir warten in den Jahrzehnten auf Mario Kart 10 jetzt, seit 10 Jahren. Eigentlich müssen die einen Job kriegen. Eigentlich müssen sie eingestellt werden, stimmt. Aber ey, du bist Fünfter, man. Ich krieg dich nicht mehr. Nur wegen dem Start. Nur wegen dem Start. Weil du mich so voll gelabert hast. Habe ich mich voll verpasst. Was ist denn hier los? Was ist passiert? Boah, wie krass. Nein, nein, überhol mich nicht. Dritter. Boah, hättest du gesehen, was ich gemacht habe. Ich bin voll schlecht gefahren, ja. Boah. Ey, ich muss... Das ist ja egal, welcher Platz. Ich muss sagen, was ich gemacht habe. Was? Ja, das ist jetzt wohl 2-1 für mich, ne? Weißt du, ich nehme Sommermarbrin direkt daneben, ja. Da ist Luigi. Ich habe es auch gerade gesehen. Luigi ist der krasseste Marokkan-Fahrer aller Zeiten. Digga! Wie bist du ein Ritter? Hallo? Wir haben gerade angefangen. Hä, wie... Boah, Digga, wie hast du mich geholt, Digga? Ich habe meine Bananen hinten reingeschoben. Boah. Oh, guck mal. Da hast du getroffen. Ich bin zwölfter. Digga! Das ist voll krass, was eine Sache macht manchmal, ja? Ohne Spaß. Weil die Gegner so gut sind. Digga, warum... Warum ist Kirby vor mir mit, äh... Abo? Ich bin über gegen die Wand gefangen. Badabadabam. Wie bist du Zweiter, Alter? Tschüss. Ey, ich bin gerade gut drin. Aber ich bin nicht so weit gefangen. Ich halte von dir zum Glück. Nein! Nein! Yes! Ja, Digga! Weg mit dir! Tschüss! Du hast mich überholt, ey. Ein Fehler, Mann, ist raus. Das hast du selbst gesagt. Das ist krass, Digga. Vor allem sind ja nicht mal Fehler. Man wird abgeschossen oder so. Ja, Mann. Das ist ja nicht... Man sagt ja nicht so, ey, ich habe voll verkackt, oder was? Die Mod fügt den Gegnern einfach auch A-Button zu, weißt du? Nein! Hä? Nein, Digga! Ich wurde von Lakitu gezogen, obwohl ich im Tunnel war. Digga, Rakete! Ich habe kein Item bekommen. Granate! Digga, vorbei. Mat, ey, überhol ihn! Hau ihn weg! Jawohl, Alter! Jawohl, Alter! Weg, Jawohl! Nein! Komm mal, eine geile Item noch mit Hubu. Digga, gib mir jetzt auch ein Rakete oder so. Hi-Buy! Chai-Moi! Obwohl, du bist direkt vor mir, ey. Knapp! Ich bin hinter dir! Ich habe meine Pilze gerade voll behindert eingesetzt. Jetzt habe ich mich auf jeden Fall überholt, Alter. Digga, oh, letzte Runde! Die Linie, Digga! Ah! Ah! Guck, wie traurig der ist! Weißt du was? 3-1 jetzt? Weißt du was gegen Torrischkeit hilft? Das ist 3-1, ne? Nein, doch! 3-1! Hey, 3-1! Weißt du was gegen Torrischkeit hilft? Was? Level up! Ja, Alter, du musst dich jetzt ja ganz schön reinhängen. Du musst jetzt gewinnen. Welche Strecke willst du jetzt aus? Ich will aus. Dieses Hum-Back-Pump-Track. Das ist von Splatoon. Hum-Back-Back-Back-Back Splatoon von... Ich mag, ey, gibt es sieben Runden, Digga! Ja, Digga, gibt es sieben Runden, Digga! Ja, Digga, gibt es sieben Runden, Digga! Das ist sehr mini, da, ne? Du musst eigentlich fast die ganze Lüften gefühlt. Oh, nein! Digga, ein Fehler, ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber die ist im Konzentrations-Mod, wenn ich ihn jetzt störe, werde ich gewinnen, weil... Digga, ich kann gerade nicht reden, ja. Da muss ich konzentrieren, weil wenn ich jetzt... Krass, Digga, sein Eck ist eklig, ja? Die Controller hat den Kopf werfen, ja? Ich bin gerade gar nicht klar. Was ist das für eine... Ich liebe Splatoon. Aber was ist das für eine Dreck-Map, Alter? Nein! Ich hole dich gleich noch... Nein, Digga! Du hast Eingold! Ey, geil, Digga! Nein! Letzte Runde! Nein! 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 Ich bin wieder runtergefallen, Digga! Nein, warte, warte! Oh mein Gott! Bin ich durch? Ich bin durch! Ey, geil! Drei, zwei. Das hat noch mal ein bisschen was gelegt. Weißt du, wo ich gerade runtergefallen bin? Hör mir gar nicht mal zu! Digga, weißt du, wo ich runtergefallen bin? Ja, bestimmt da bei der Kurve. Neben der C-Linie! Wie neben der C-Linie? Mit Sterne erst nach links gegangen! Aber egal, ey, du bist jetzt dran mit Auszugung. Oh, ja. Drei, zwei. Die ist warm? Dann nehmen wir jetzt eine Schneestrecke, würde ich mal schnell sagen. Wenn du mich jetzt nicht besiegst, dann ist vorbei mit dir. Deine Revanche gegen den Eimer. Guck, wie krass diese Marke startet. Da ist ja voll cool. Ich geb mein Bestes. Ey, die Strecke sieht voll cool aus. Ich mag irgendwie die Strecke nicht so. Du bist doch hier genug. Ich hab dann immer Angst. Du bist doch hier genug. Ja, Leute! Vielleicht letzte Runde? Vielleicht aber auch nicht. Die Frage ist, wird Ati mich bis ich Ati sagt. Ich bin Ati 2! Ich kann nicht mehr reden. Ja, ist einfach ruhig. Das Ganze wird nicht passieren! Wir müssen uns konzentrieren. Ich werd mich in den Kasten... Oh, nein! Ey, denn ganz viele Schnee, Männer. Ey, du bist ja ganz hinten, Digga. Digga, ich hab mal die Fresse bekommen. Das ist auch angenehme Strecke zum Driften. Oh, Mann. Ich wurde weggestarrt. Mann, Patrick. Voll gemein, Alter. Mann, ey, ich war grad ganz vorne. Jetzt bin ich auf einmal hinten wieder. Ich bin immer noch 11. Aber schau dich gleich aufhören. Gab's so viele dreckige Kurven? Gibt es hier, Alter? Leute, wir brauchen Level ab, Alter! Ich hab 20% reduziert. Mit dem Code Last Gaming. Mit dir? Ich hab Sonic überholt. Obwohl, Sonic der Schnellste. Ich bin an Sonic vorbeigerüßt. Das ist ein Fehler in der Matrix. Das kann nicht sein. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Bist du eigentlich hier oder woanders gerade, wenn du so schnell bist? Ich bin gar nicht hier gerade. Ich bin schon bei morgen. Was? Das Video haben wir für mich gestern. Ey, Digga, ich kack grad voll rein. Ihr holt so viel Scheiße laut. Man muss ja irgendwie ne Chance geben, zu gewinnen, ne? Du machst grad extra? Nein. Nein, ich mach wirklich nicht extra. Ey, Digga, ich versuch grad abzukürzen, aber geht nicht. Ich schwöre, geht nicht. Ich schwöre, ich mach nicht extra. Du bist auch nicht viel weiter vorne, ne? Aber Abo, du bist kurz vorm Ende, Digga. Nein! Rakete, komm! Bitte! Bitte, Mauli! Bitte, Rakete! Nein! Digga, vorbei! Aber nur eine Kurve! Ey! Krass! Aber das ist voll komisch, wa? Also so... Obwohl, wie nah beieinander sind, sind so mal so viele Plätze dazwischen, so. So nur ein Platz. Du hast den... Du hast den 12. grad. Oh, jetzt kurz am Schluss. Ey, aber das ist wirklich krass, weil ich bin... Ich würd sagen, ich bin grad nicht schlecht gefahren, so. Ich bin überschätzt gefahren. Und bin einfach ganz unten, so. So, die sind manchmal voll krass, Digga. Aber geil, Digga! 3-3! 3-3! Finalstreck! Finalstrecke! Ey, und ich kann sie entscheiden, sogar. Ja! Sein Problem! Ich muss sagen, aber dadurch, dass wir die Strecken nicht kannten, ist aber auch recht ausgeglichen. Keine weiteren Worte, Mister? Mister Adi Buletto? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Bruder? Nein, lass uns zocken, Digga. Ich bin bereit. Das wird jetzt mal ein bisschen ernst hier. Boah, sieht schon groß aus, die Strecke, Alter. Halt so klein. Ist eine kleine Strecke? Gibt's aus. Boah, ist auch wie Endpost-Musik, Alter. Ja, man passt so als letzte Strecke. Baumenengst! Boah, dicker Baby! Bombo-Klatt! Bombo-Klatt! Digga, ich weiß nicht, wo ich langen soll, Mann. Ich hasse doch so eine Maps. Du hast irgendwo am Ende der Ecke einen Pfeil, so. Ich hab grad voll gespuckt. Maaan, warst du das? Nein. Ey, Alter. Was war mit der Humpo doch? Das war ich. Yes, Digga! Hey! Ich hab eine Dings abbekommen, auf einmal fünf Leute haben mich überholt. Normal. Von Erster auf Zehnter? Das nenn ich mal eine Leistung. Maaan, ey! Komm, Konzentration, Adi. Ding dong, ding dong. Boah, du bist vorne hinter mir. Also ich hab alle Plätze vorhin, genau in der Luft. Ey, warum stürz ich ab, aber? Guck mal, ich bin kurz... Nein! Nein! Ich bin kurz vorhin und voll viele Plätze dazu. Ja, alle sind zwischen uns. Wie hast du mich getroffen? Ich schütze hinter mir! Ich geh doch hier gerade, Digga. Ich komm überall durch. Es gibt noch eine Runde, es gibt noch eine Runde. Machine Gun, Adi. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du hast mich geduckt mit dem... Ich hab mich gerade so konzentriert, dich abzuschießen, dass ich voll verkackt habe, aber beim Fahren. Digga, ich hab kein Item. Ich hab kein Item, Alter. Stern, komm. Gib nochmal alles. Das wird sehr knapp, Alter. Das ist cool. Die Ziellinie ist gleich hier vorne, ne? Keine Ahnung. Väter? Komm, gib mir was Gutes, bitte! Nein! Ja! Ja! Nein! Das vorne ist Ziel! Nein! 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 Ich hab gewonnen! Nein! Ich hab gewonnen! Das war ein gutes Spiel, Digga. Du hast ein gutes Gefühl. Ey, ich hatte gerade die ganze Zeit kribbeln, so. Digga, weißt du, wie nah ich hinter dir war? Ich wurde vom Trunk gestoßen. Digga, du hast mich besiegt. Ich bin der Besieger. Ey, das heißt, du hast mich damals auf Wii besiegt und ich dich auf Switch. Genau, verkehrt herum. Das ist voll verkehrt herum. Eigentlich sollte ich dich auf der neueren Konsole besiegen. Ey, vielleicht gibt's in drei Jahren eine neue Konsole. Nein. Nächstes Jahr rauf. Und mit 20% könnt ihr sparen. Gut, lass es gehen! Bei Last Gaming! Bei Last Gaming! Bei Last Gaming! Ja, mein Dank und Herren. Das war's. Das war's. Mit dem 1000 Abonnenten-Special Part 2. Last Gaming wurde in dem Boden zerschmettert. Ich wurde von AT besiegt, ich wurde von ihm besiegt. Aber ja, aber war kein Zerschmettern. War schon... Also das ist ja auch geführt so. Das war ein Foto, finde ich ja. Ich wurde erfolgreich von Adi Naita zerstört. Eti und Adi Naita, beide haben sich weggebumst. Ja, wirklich, ne? Ich geh mich vergraben. Tschüss. Adi, wo bist du? Hallo? Wo? Hä? Wuuu! 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 Ich versteck dich mit, Digga! Danke fürs Einschalten! Lasst einen Like da! Und vielleicht sehen wir uns in drei Jahren wieder! Wuuu! Last Gaming! Los das, was wir Nous gehen über an. Ja, hornig! Das ist nicht auf, was wir dass das an... Los geht! Wuuu!